Hallo, hier ist der Flo. Herzlich Willkommen zur Einheit Rückenfit. Heute ist der Schwerpunkt die Brustwirbelsäule. Ganz wichtig, was ich im Alltag immer sehe, dass Leute die Schultern vorne und oben haben und das führt zu so einem kleinen Buckel. Das kann zu Schulterschmerzen führen, das kann zu Verspannungen und Schmerzen in der Brustwirbelsäule führen. Wir machen heute Übungen, wo wir versuchen das Brustbein anzuheben, sodass die Schultern leicht nach hinten gehen und von einer gebückten Haltung in eine schön aufrechte Haltung kommen. Wir trainieren die Muskeln drumherum, auch für den ganzen Rücken trainieren wir die Bauchmuskulatur, Brustmuskulatur, Schultern, oberen Rücken, mittleren Rücken, unteren Rücken. Also das ist auch was für diejenigen dabei, die Halswirbelsäulenprobleme haben und Ländwirbelsäulenprobleme, aber der Schwerpunkt ist heute auch der Brustwirbelsäule. Okay, wir fangen jetzt an. Wenn ihr möchtet, dürft ihr hier gerne nochmal Pause machen und euch selbst nochmal Musik anmachen, die euch ein bisschen motiviert. Und dann, wenn ihr soweit seid, geht's los. Erste Übung, wir gehen mit den Füßen locker vor und zurück und kreisen die Schultern schön nach hinten. Also den Brustkorb richtig schön aufmachen und lockern, Schultern lockern, auch mit den Händen mitpumpen, Kreislauf ein bisschen in Schwung bringen. Macht euch schön groß, Kopf hoch zur Decke. Jawohl, sehr gut. Und dann gehen wir weiter mit der nächsten Übung. Wir bewegen jetzt die Halswirbelsäule nach links und nach rechts, lassen die gegenüberliegende Schulter unten und gehen nur so ganz vorsichtig mit dem Kopf hin und her. Bewegen jetzt den Kopf, also die Halswirbelsäule in drei verschiedene Richtungen. Also seitlich, hin und her. Jawohl, geschafft. Und jetzt hoch und runter. Also wir bewegen die Halswirbelsäule vor und zurück. Immer noch mit den Füßen vor und zurück gehen, von der Ferse auf den großen Zeh. Jawohl. Und die letzte Bewegungsrichtung, wir gehen mit der Nadenspitze nach rechts und nach links. Rotieren also die Halswirbelsäule. Und das sind die drei Bewegungsrichtungen, die man mit der Halswirbelsäule machen kann. Nach links und nach rechts, vor und zurück. Und nach links und nach rechts rotieren. Genau das gleiche machen wir jetzt mit der Brustwirbelsäule. Weiter mit den Füßen vor und zurück. Und dann gehen wir mit den Armen und den Schultern nach vorne. Und dann mit den Armen und Schultern nach hinten. Also wir bewegen jetzt die Brustwirbelsäule vor und zurück. Wenn man die Brustwirbelsäule bewegen möchte, muss man die Schultern bewegen. Also Brust raus und Brust rein. Dann den Buckel machen und dann richtig schön aus dem Buckel raus. Schulterblätter nach vorne, Schulterblätter nach hinten. Jawohl. Gut. Jetzt haben wir die Brustwirbelsäule vor und zurück bewegt. Jetzt wollen wir sie nach links und nach rechts bewegen. Also wir gehen mit den Schultern jetzt. Eine Schulter geht hoch, eine Schulter geht runter. Und wir gehen mit den Füßen weiterhin locker vor und zurück. Also eine Schulter hochziehen, eine Schulter runterziehen. Dabei nicht zu stark zur Seite lehnen. Wir wollen jetzt nicht die Lendenwirbelsäule bewegen, sondern die Brustwirbelsäule. Also nur eine Schulter hoch, eine Schulter runter. Jawohl. So, jetzt müssen wir noch die Brustwirbelsäule rotieren. Und dafür gehen wir aber ganz locker mit den Armen hin und her. Füße dürfen jetzt flach auf dem Boden bleiben. Eine Schulter geht nach vorne, eine Schulter geht nach hinten. Wenn ihr es schafft, durch mit einem Arm hinten am Körper vorbei. Alles ganz locker hin und her. Und wenn wir die Übung geschafft haben, dann haben wir dreimal die Halswirbelsäule bewegt, dreimal die Brustwirbelsäule. Und dann haben wir die Hals- und Brustwirbelsäule schon mal schön mobilisiert. In alle Richtungen. So, jetzt machen wir gleich mit der Lendenwirbelsäule weiter. Und das machen wir jetzt auf dem Boden. Dafür gehen wir in einen Vierfüßler-Strand. Hände unter die Schultern. Knie unter die Hüfte. Und wir machen einen Katzenbuckel und einen Pferdrücken. Also jetzt besonders auf die Lendenwirbelsäule achten. Das Becken nach vorne, also nach unten und nach oben kippen. Bauch runter, Bauch rein. Jetzt, damit wir die Brustwirbelsäule und die Halswirbelsäule auch noch mitnehmen, achten wir jetzt noch auf die Schultern. Also Schulterblätter auseinander und zusammen. Ellenbogen bleiben durchgestreckt. Und die Halswirbelsäule wollen wir auch noch benutzen. Also den Kopf hoch und unter. Schön große Bewegung. Die ganze Wirbelsäule durchbewegen. Ruhig bewegen. Ruhig ein- und ausatmen. Durch die Nase. Dabei. Geschafft. Jetzt machen wir das Ganze nach links und nach rechts. Das heißt also, wir gehen mit der Schulter zur Hüfte und mit der Hüfte zur Schulter. Und der Kopf versucht, an der Schulter vorbeizuschauen. Und das Ganze machen wir zur anderen Seite. Wir gehen dabei langsam hin und her. Schulter zur Hüfte, Hüfte zur Schulter. Wir stellen uns vor, dass wir mit hier in der Taille versuchen, mal was einzuklemmen. In locker hin und her. Sehr gut. Okay, geschafft. So, jetzt wird es ein bisschen anstrengender. Machen wir jetzt ein paar Kräftigungsübungen. Herz- und Kräftigungsübungen ist meine Lieblingsübungen für die Bauchmuskulatur. Das ist der Unterarmstütz. Das ist auch sehr gut für die Schultern. Um die Schultern zu stabilisieren und die Brustwirbelsäule. Also. Wir gehen mit dem Ellenbogen unter die Schultern. Strecken die Beine aus. Und halten. Auf die Plätze. Fertig. Und los geht's. Halten. 30 Sekunden lang. Beine richtig schön ausstecken. Po anspannen. Bauchnabe rein. Jetzt nicht mit dem Brustkorb runterfallen. Sondern die Brustwirbelsäule nach oben drücken. Also jetzt versuchen wir, so einen kleinen Buckel zu machen. Letzten 10 Sekunden. Ruhig weiteratmen. Nicht die Luft anhalten. 3, 2, 1 und Pause. Wieder zurück in den Vierfüßlerstand. Hände unter die Schultern. Dürft auch gerne auf die Fäuste gehen, wenn das angenehmer für euch ist. Und jetzt gehen wir diagonal mit einem Arm und mit einem Bein nach oben. Kurz halten. Spannung halten. Langsam absetzen. Und dann die andere Seite. Wenn ihr mit dem Arm und dem Bein nach oben geht, ein bisschen darauf machen, dass ihr jetzt nicht ins Hochholz geht, sondern immer so ein bisschen Spannung halten im Bauch. Bein ausstrecken, Arm ausstrecken. Und Seite wechselt. Dürft gerne auch im eigenen Rhythmus machen. Lieber zu langsam als zu schnell. Richtig schön strecken. Wirbelsäule langziehen. Wenn ihr hinten mit dem Bein hoch geht, nicht mit der Hüfte nach oben, sondern die Hüfte unten lassen. Bein richtig schön strecken. Arm strecken. Noch 1, 2 cm Schaft ist bestimmt noch ein bisschen höher. Jede Seite noch einmal. Letzte Seite. Und geschafft. Super. Wir machen weiter mit dem Seitstütz. Eine Übung für die seitlichen Bauchmuskulatur. Die Übung könnt ihr jetzt auf den Knien machen. Also Knie nach unten, Hüfte ein bisschen nach vorne. Und dann halten. Und ihr macht es, wenn ihr es ein bisschen anstrengen möchtet, geht mit dem Gewicht auf die Füße. Auch wieder 30 Sekunden, auf die Plätze, fertig und Hüfte hoch. Dürft gerne auch den Arm mit nach oben nehmen und halten. Brust wieder raus. Macht euch schön groß, schön lang. Auch das hinten das Gesäß anspannen. Zieht euch hier mit der Bauchmuskulatur richtig schön hoch und halten. Noch gute 10 Sekunden, dann schon geschafft. Brust raus, schön weiter atmen. Jawohl. Noch 3, 2, 1 und geschafft. Und jetzt die andere Seite. Schnell wechseln, entweder auf die Knie oder auf die Füße. Auf die Plätze, fertig. Und wir ziehen uns hoch, auch den Arm wieder hoch, Brust raus und halten. Po anspannen, Bauchnarbe rein. Hälfte schon geschafft. Ruhig weiter atmen. Noch gute 10 Sekunden. Spannung halten. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Jawohl. Gut. Wir gehen wieder in den Vierfüßderstand. Gleiche Übung wie gerade eben. Jetzt aber nicht links und rechts wechseln, sondern wir halten eine Seite für 30 Sekunden. Also entweder auf die Hände gehen oder auf die Fäuste. Auf die Plätze, fertig. Los, diagonal. Ein Arm und ein Bein strecken. Und die Position halten. Nicht ins Hochkreuz fallen. Bauchnabel rein. Arm richtig schön strecken. Bein strecken. Hinten. Gesäß anspannen. Die Gesäßmuskulatur muss jetzt jeder spüren. Bein nicht gebeugt, sondern richtig schön gestreckt. Jawohl. Und halten. Noch 10 Sekunden. Po anspannen. Arm nach oben strecken. Soll nichts wehtun dabei. Soll nur anstrengend sein. 3, 2, 1 und Pause. Ohne große Pause Seite wechseln. Auf die Plätze. Fertig. Weiter geht's. Arm hoch. Bein hoch. Haltung nochmal korrigieren. Bein ausstrecken. Arm ausstrecken. Bauchnabel. Ruhn. Jawohl. Und halten. Jetzt geht durch die Nase. Ein- und ausatmen. Letzten paar Sekunden. Nochmal richtig schön strecken für den Endspurt. Und 3, 2, 1 und geschafft. Super. Kurz verschnaufen. Wir gehen wieder in den Vierfüßlerstand und machen jetzt eine kleine Stützübung. Und danach gehen wir dann in eine Bauchlage. Also nochmal die Hände unter die Schultern. Füße auf den Boden. Und jetzt gehen wir mit den Knien nur so einen Zentimeter vom Boden weg. Und halten. Bauchnabel rein. Und halten. Hände fest in den Boden rein. Und jetzt drücken wir das Gesäß nach oben zur Decke. Beine durchstrecken. Und Gesäß weit nach oben. Brustkorb auch durchstrecken. Und langsam wieder runter. Knie kurz über den Boden halten. Halten, halten, halten. Und wieder nach oben. Brustkorb durchstrecken. Arme durchstrecken. Beine so gut es geht durchstrecken. Gesäß hoch zur Decke. Und wieder runter. Letzter Durchgang. Nochmal halten. Und nach oben strecken. Hoch, 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 hoch. Und wieder runter. Und halten. Nach fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Und absetzen. Super. Gut gemacht. Dürft jetzt gerne auch Pause machen. Mal einen Schluck trinken. Und dann geht es gleich weiter in Bauchlage. Wenn ihr weitermachen möchtet, macht einfach mit. Hier geht in Bauchlage. Lach auf den Bauch. Jetzt ist ganz entscheidend. Po anspannen. Und Bauchnabel einziehen. Also kein Hochholz machen. Sondern Bauchnabel einziehen. Ihr dürft euch vorstellen, dass ihr eine kleine Münze habt. Unter dem Bauchnabel. Und der Bauchnabel soll so ganz leicht von der Münze weg. Ja, also immer schön Spannung halten in der Rentenwirbelsäule. Arme strecken, Bein strecken. Und jetzt wie gerade eben diagonal mit dem Arm und dem Bein nach oben. Dabei nicht hin und her wackeln. Sondern nur Arm und Bein anheben. Die Hüfte dabei in den Boden reindrücken. Die Hüftknochen, Beckenknochen, die haben immer Kontakt zum Boden. Also nicht so hin und her wackeln, sondern richtig schön gerade bleiben. Kopf schaut nach unten. Gleich geschafft. Richtig schön strecken. Arm strecken, Bein strecken. Ruhig weiter atmen. Letzten fünf. Doch, drei. Zwei. Und Pause. Super. Dann gehen wir nach oben. Nehmen die Füße flach auf dem Boden. Die Knie ein bisschen weiter auseinander. Und dann probiert man mit dem Gesäß weit nach unten zu gehen. Auf die Fersen. Und dann gehen wir wieder langsam nach vorne. Und gehen mit dem Gesäß mal ganz vorsichtig, soweit es geht, nach unten. Arme sind durchgestreckt. Und dann wieder langsam nach hinten. Und dann wieder langsam nach hinten. Nur so weit, wie es für euch angenehm ist. Und dann langsam wieder nach vorne. Noch einmal nach vorne. Und dann noch einmal nach vorne. Brustkorb bleibt auf dem Boden. Brustkorb bleibt auf dem Boden. Also nicht hier nach oben gehen. Sondern nur mit den Armen nach oben. Die Schulterblätter hinten zusammendrücken. Richtig feste zusammen. Ganz wichtige Übung. Für alle die Probleme mit der Hals- und Brustwirbelsäule haben. Auch für die Schultern. Das ist eure Übung hier. Ganz wichtig. Der obere Teil vom Rücken. Das sind die Muskeln, die wir jetzt trainieren. Ja, weit hoch. Nicht verspannen im Nacken. Ruhig weiter atmen. Purs angespannt. Bauchnabel rein. Letzt ein paar Wiederholungen. Nochmal weit hoch. So hoch ihr könnt. 5, 4, 3, 2, 1. Und geschafft. Super. Mal kurz ausruhen. Wir gehen nochmal in den Vierfüßlerstand. Wir machen nochmal einen Pferderücken-Katzenbuckel. Ganz locker. Alles entspannen. Bisschen durchschnaufen. Schulterblätter auseinander. Und zusammen. Becken vor und zurück. Und Kopf hoch und runter. Okay. Noch zwei anstrengende Übungen und dann haben wir es schon geschafft. Auf den Bauch. Po wieder anspannen. Bauch nach oben rein. Und jetzt gehen wir mit den Händen nach hinten. Wir versuchen einen Schürzengriff zu machen. Und dann gehen wir nach vorne und versuchen einen Nackengriff zu machen. Bis ich die Hände hinter dem Nacken berühre. Kopf ist angehoben. Brustkorb liegt auf der Matte. Und wir bewegen jetzt nur die Arme. Nackengriff. Schürzengriff. Und wir versuchen den Boden und den Körper nicht zu berühren dabei. Wenn das nicht gelingt, ist es nicht schlimm. Versucht aber nicht den Boden und nicht den Körper und nicht den Kopf zu berühren. Schulterbatter weit nach hinten ziehen. Brust raus. Po ist angespannt. Bauch, Nabel einziehen. Jawohl, gleich geschafft. Letzte paar Sekunden, noch ein bisschen halten. 5, 4, 3, 2, 1 und geschafft. So, letzte anstrengende Übung für heute. Wir gehen jetzt in eine Liegestützposition und versuchen die zu halten. Das dürft ihr auch gerne auf den Knien machen, also entweder so halten oder wenn es geht und ruhig hier auf die Zehenspitzen. Letzte anstrengende Übung für heute, noch 30 Sekunden. Auf die Plätze, fertig und in den Stütz. Po anspannen, Bauchnabel rein. Nicht die Schulterblätter zusammen, sondern ausnahmsweise die Schulterblätter nach außen ziehen. Und ruhig weiter atmen. Richtig die Hände fest in den Boden reindrücken. Auch die Knie durchstrecken. Körperspannung halten. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und geschafft. Super. Füße flach auf dem Boden. Knie ein bisschen weiter auseinander. Mir ist auch schön warm geworden. Am Beginn mit den Armen kriechen wir langsam nach vorne. Und mit dem Gesäß gehen wir so gut es geht auf die Fersen. Machen wir uns ganz klein. Ein. Und atmen durch die Nase. Ein. Und aus. Der anstrengende Teil ist jetzt geschafft. Jetzt geht es darum den Körper zu entspannen. Tief ein. Und ausatmen. Wir atmen ganz ruhig und gleichmäßig werden lassen. Versuch mit jedem Atemzug ein bisschen weniger stark und schnell zu atmen. Also den Körper und den Kreislauf richtig schön runterfahren. Dürft die Augen gerne zumachen. Spürt den Unterschied zwischen Anspannung und jetzt entspannen. Dann richten wir uns wieder ein bisschen auf. In den Vierfüsterstand. Arme nach vorne. Und gehen mit dem Brustkorb Richtung Brude. Jetzt ist die Hüfte nicht hinten auf den Fersen. Sondern die Hüfte ist jetzt über den Knien. Und den Brustkorb jetzt richtig schön runterfallen lassen. Nehmt eine bequeme Position ein. Dürft auch locker so ein bisschen hin und her gehen. Tief ein. Und ausatmen. Entspannen. Und langsam aufrichten. Auf den Kreislauf ein bisschen aufpassen. Lasst euch Zeit. Nehmen ein Bein nach vorne. Und gehen dann nach oben. Ruhig ein bisschen Zeit lassen. Und zum Abschluss nochmal ganz locker mit den Armen hin und her. alles lockern und entspannen. Das ist auch eine Übung, die ihr jeden Morgen machen könnt zum Lockern und Entspannen. Super. Wunderbar. Noch ein kleiner Tipp von mir zum Schluss. Wenn ihr draußen spazieren geht, nehmt ruhig die Arme ein bisschen mehr mit. Ich sehe viele, die gehen nur so. Aber ruhig richtig die Arme mal mitnehmen beim Gehen. Ja. Und auch die Schultern hier oben mitnehmen. Richtig aktiv auch mit dem Oberkörper gehen. Und richtig aktiv walken. Nicht so schön unsportlich gehen, sondern richtig schön sportlich Arme mitnehmen. Dann entsteht viel mehr Bewegung in der Halswirbelsäule, in der Brustwirbelsäule, in den Schultern. Und dann wird da auch nochmal alles gleichzeitig mit trainiert. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Schaut euch ruhig auch mal die anderen Videos an, die wir gemacht haben. Und macht die auch mal nach. Ist für jeden was dabei. Pokergymnastik, Schulterfit, Rückenfit für die Lendenwirbelsäule, Bauchexpress, Stretchexpress. Ist für jeden was dabei. Ruhig einfach mal ausrücken. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ihr noch gerne an Kursen hättet oder an Stunden hättet, dann schreibt mir einfach in den Kommentaren unten dazu, was für ein Video ihr gerne hättet. Und dann setze ich das bald für euch um. Viel Spaß noch zu Hause. Bleibt fit, gesund und bis bald. Ciao.